Guck mal, wo Oma hin will. Ach, gleich hätten das ein Auto anscheinend. Ja, oder? Nee, oder er will bloß, nee, keine Ahnung, ich dachte, er will, weil da was angezeigt wurde. Ach, das ist er bloß. Dann mach ich die mal jetzt alle platt hier, kommst du mit? Ja, ja. Oh, er hat Oma platt gemacht. Warte. So. Ich glaub, ich bleib lieber bei Oma, der geht uns sonst noch drauf. Okay. So, bin am Abgang zum, zur Lifeguard, also Rettungsschwimmer, als, you know. Hm? Zu deinem Zuhause, zu deinem, äh, hier, Zuhause, du bist ja auch Rettungsschwimmer oder sowas, ne? Ja, bin ich. Nein, Wasserwacht. Ist dann der gleiche? Nicht ganz, nicht ganz. Erklär mir den Unterschied, wir wollen's alle wissen. Äh. Ja. Der Verein heißt Anders. Gut, das ist in Ordnung. Das ist eine gute Begründung. Die akzeptiere ich. Er geht woanders hin. Wo will er denn hin? Achso, er geht den, den Weg für die. Für die Ukulen. Das ist ein Rassistisch. Das ist ein Rassistisch. Ich sag mir das cool aus. Ich bin nicht rassistisch. Warum nicht? Ey, ich hab einen Revolver gekriegt. Geil. Ey, wollen wir mal Sichel Roulette spielen? Dann brauchen wir Stufe 10 vor. Was? Sichel Roulette? Guck mal, stell dich, stell dich, Sichel Roulette. Stell dich mal da hin. Ich hab keinen Sichel. Ich hab die Sichel hoch. Ich hab keinen Sichel. Ich werf die Sichel, egal, ich werf die Sichel hoch und wer sie trifft, ist, komm. So. Meins. Du musst doch weglaufen. Nö. Macht gar keinen Spaß mit dir zu spielen. Entschuldigung. Oh. Träger Revolver hat er uns. Ja, ja, weiß ich. Ich hab ja schon gesagt. Aber warum willst du Level 10 für? Ich muss erstmal upgraden hier. Arserei will ich nicht. Level 10? Ich weiß, wo man einen Pistolen-Money herkriegt. Nur mal so. Wo denn? Wollen wir das schnell machen jetzt noch? Was? Pistolen-Money? Wie lange dauert das? Wir haben jetzt noch 12 Minuten. Das schaffen wir in 5 Minuten. Okay, dann los. Wir müssen bloß ein bisschen laufen. Aber trotzdem brauchen wir, ähm, beziehungsweise können wir den noch nicht verwenden. Ist egal, dann haben wir trotzdem schon mal Pistolen-Money. Jo, wird schlimm. Da ist einer drin, oder? Nein. Ne, doch nicht. Ich hab das Energy Drink. Aber hier... Und ein Snack kann man essen. Ist gerade eine. So. Ah, jetzt hab ich ein Rohr aufgehoben. Hahaha. Hahaha. So. Also ich glaub, dass das so war. Man muss da so ein Typ helfen und dann hat er auch eine Kiste für einen. Und dann gibt er einen Money. Okay. Also so hab ich's in Erinnerung. Gut. Ich vertraue mir jetzt mal, Herr Lennart. So. Dann kann man auch fehlen. Wahrscheinlich Alkohol oder so. Das ist total bekloppt. Äh, kippst du dir fünf Stück hintereinander hinter, dann fliegt dein Charakter andauernd nur hin. Null. Da ist einer. Ah. Ne, die lebt nicht mehr. Achso, da. Heh. Ich glaub deine Waffe ist kaputt. Du machst nur noch... Ich weiß. ...zu wenig schade. Alles okay. Warte mal. Wow. Was? Weglaufen. Bin nicht mehr. Na, kann man ja aus dem Klo wieder raus oder rumkleiden. Oh, das ist ein Bock. So, jetzt nimm ich dir einen Schraubschlüssel. Wir machen grad irgendwie so gar nicht die Hauptquest. Ist aber lustig. Ist okay, ist okay. Okay. So. Es hieß ja Zeit totschlagen und wir schlagen Zeit tot. Du läufst immer weg von mir. Schlimm. Ich mach dich eben nicht. Okay. Ist okay, Leonard. So. Du, 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 du. Da kommt Joris. Jo, genau so war's. Wie ich gesagt hab. Bloß, das blöde ist, da sind zwei große dabei. Boah. Und die olle kleine haut mich um. Ich renne jetzt einfach... Ich renne jetzt einfach... Ach. Scheiße. Weißt du was ich jetzt mach? Ja, ich hab gut schon wieder gehauen. Scheiße, kann man ins Auto nicht einsteigen? Sonst würde ich die jetzt einfach umfahren. Nein, das geht nicht. Was ist denn mit ihm los? Er guckt zu dir auf einmal, hault er aus und trifft mich. Zum vierten Mal hintereinander oder so. Oh. Oh, ich bin tot. Ich kriege EP, obwohl ich ihn nur steche. Ich bin zum ersten Mal tot anscheinend. Ja. Deodorant. Ich kriege die großen auch schon. Oh, ich kriege für einen Stich, kriege ich 129 EP. Ja, Alter. Ja, keine Ahnung. EP? Meinst du nicht? Nicht Damage? Ah, jetzt. EP, ja. Ich habe für den Grund jetzt... 129. Oh, ist das echt. Ich sehe bei mir bloß die Damage anzeigen von dir. Oh, gib der mir ne Kopf los, ey. Okay, der hat ja nichts im Kopf, aber... Ich habe noch was im Kopf. Nice roll. So, die, die werden ja nicht so schwer sein. Das ist einer mit Paddel. Oh, die hat, die haben marchierten und so. Bei der Messer. Ach, du scheiße. Jetzt bin ich auch tot. Hey. Haben wir noch was? Ich glaube nicht, dass niemand mich ever finden würde. Was ist das? Pistolen, Moni. Ach, das ist ein Holzbrett. So. 30 Pistolen, Moni. Kannst ihm hinterherlaufen und ihm die erstmal abnehmen. Hab ich. Was willst du jetzt tun? So, und dann... Kann man noch hier hoch? Mhm. Lol. Da ist ne Kiste. Ach, man muss klettern. Alleine. Das ist ja blöd. Willst du das haben? Was ist denn das? Ich brauch's nicht. Das ist ein Brecheisen. Ich nehm alles. So, und dann... Was haben wir noch? Und da ist die andere Kiste. Warte. So. Komm ich da durch? Ja. Warte mal, warte mal, warte mal, warte. Ich bin noch nicht da heute. So weit. Auch wieder ein Brecheisen. Das nehm ich mal. Ich nehm erstmal ein Energy Drink. So, ich weiß gar nicht... Und hier ist noch ein Spaten, wenn du den... Bist du noch oben oder so? Ne, ich bin unten. Hä? Warte. Haha. Ach, da bist du. Bin schon ganz woanders. Und wo waren die Sachen hier? In der Kiste? Hier, oder was? Hä? Wo geht das denn hin? Hä? Wo bin ich jetzt? Weiß ich nicht. BTF? Das kenn ich ja noch gar nicht. Mal gucken. Was steht hier? Oh, wieder ne Kiste. God forgive us. Hell. Ach, keine Ahnung. Oder wie? Ich bin hier irgendwo an so ner Stelle mit Graffiti und so gelandet. Oh. Wie komm ich hier zurück? Keine Ahnung. Achso. Ja, ja. Oh, das war... Na ja. Da bist du. Leber nicht. So. So, jetzt könnten wir noch... Ich... Wir haben jetzt nur... 6 Minuten, da können wir eigentlich nicht so viel machen. Ja, dann... Fahren wir jetzt einfach ganz schnell zur Live-Arts-Station zurück. Genau. Oder gehen, je nachdem was wir haben. Auto. Ja, haben wir eins? Ja. Ja. Warum gehe ich denn hoch? Und nehme... Ich stehe... Draußen vor der Tür. Guck mal, ob hier noch Energy-Rank ist. Was ist das denn hier? Schließe das Dampfventil. Und hier kann ich runtergehen. Oh Gott. Ne, ich bin wieder hoch. Warte. Ach hier. Und los. Ist das ein, 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 ein Mann Auto oder? Ne, doch nicht. Das sah so aus. Das sah so schmal aus. Dann drive mal los. Alter, kannst du mal kurz anhalten? Ich will vorne, vorne, vorne sitzen. Warte. Warte, 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 warte. Wie ist das schnell? Ich wusste es. Wir kommen da eh nicht durch. Warte, warte, warte. Wir passen da nicht durch. Okay. Da ist noch ein Zombie, glaube ich, links. Nee, noch nicht. Doch, noch nicht. Weitere Hälfte, warte. Oh, ist da doch einer? Nö. Dann warte ein weiter. So. Du dürft jetzt nochmal die schönen Leichen hier bewundern. Aber wenn man springt und kickt, dann wird einem ganz schön viel abgezogen. Ja. Ja. Dann wird ja die Hälfte abgezogen sogar. Oh, stimmt. Das ist ja dumm. Bäm. Deswegen kriege ich immer so viel Atme. Deswegen. Habe ich mir auch gerade gefragt. Ich glaube, hier. Genau hier hat mich einer angriffen. Na, ist okay. Den hast du aber schon weggeholt. Nee, aber einen habe ich da einfach da. Ich glaube, zum Schluss des Parts wollen wir nochmal metzeln, oder? Ja, mal gucken. Hier einfach mal random ein Haus ausgesucht und drauf eingeschlagen. Bäm. Ja. Oh, da ist wieder ein großer. Bäm. Ich habe echt nichts Scharfes mehr. Ja, ich habe sowieso nichts Scharfes. In den Arsch. Oh Gott, bin umgefallen. Ja, du liegst im Boot drin. Top. Like a prober. Oh, ist der Schlägertyp hier? Komm. Aufstieg. Wer hast du jetzt für ein Level? Ich habe jetzt Level 6. Ich bin Level 5 jetzt. Oder? Ja, glaub. Weiß ich gar nicht. Mit U. Ich weiß, aber ich war gerade in den Optionen mal wieder. Ähm, wo? Nee, bin 6. Hab 2 zum Aufwerten. Ja, stimmt. Kann ich den auch nochmal kurz aufwerten. Schlagt man mal hier über Dings hier. Blutjones. Oh, scheiße. Ich habe etwas Falsches geskillt. Das wäre noch besser. Achso, kann ich ja gar nicht skillen, bin ich doof. Ich dachte, was du jetzt hast. Ah, hier kann ich nur Einträgen. Oh, hier sind welche. Wow, fuck. So. Oh, mit. Oh, woher kommt er denn hier? Weiß ich nicht. Burschkacke. Mein, ach Quatsch, mein Hammer. Mein Dings Eisen. Äh. Ähm, Alk? Also, boah, meine Waffen sind ja echt kaputt. Ich glaube, wir sollten immer in die Basis gehen und in den Part beenden. Sie versuchen reinzukommen. Ach ja, schön für dich. Äh. Wollen wir jetzt in die Basis gehen oder so? Genau. Dann los. Ich glaube, meine Waffen sind so kaputt, ne? Ja, bei mir auch. Wenn du zuerst gehst, mach ich jetzt mal auf Fäuste. So. Dafür sind Schusswaffen dann wieder gut, die können nicht kaputt gehen. Geht die nicht kaputt, nein? Ne. Hier war keine Basis mehr. Schade. Ein Stück. Boah. Nein, nicht rein, ey. Oh. Oh. Gut. Jetzt lass ihn die Basis gehen, ich hab keinen Bock mehr. Meiner. Wer stimmt denn da hinter mir so? Weiß ich nicht. Du bist das. Vor allen Dingen, ich hab das gehört. Das also von... Ich hab das aus deinem Mikrofon gehört. Von deinem Mikrofon gehört. Das ist schlimm. So, ich weiß den Weg nämlich gar nicht, deswegen musst du mich hinweisen. Hier. Hier ist ein Dings. Ich spüre das Rohr. Kann ich nicht aufnehmen. So. Ah, hier sind wir ja schon. Genau. Gut, dann würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal die Aufnahmen beenden. Genau. Wir danken mich bei euch fürs Zusehen. Lernert sicherlich auch. Ja. Natürlich. Gut. Bis dahin bleibt, ihr seid euer Franz. Euer Franz Zockt und haut rein. Willst du noch was sagen? Ja, äh. Tschüss. Top. Gut. Tschüss.